Wir sind auf der linken Seite unserer Übersicht bei der Registermarke und bei dieser kann es absolute Schutzhindernisse geben und relative Schutzhindernisse. Die absoluten Schutzhindernisse, die werden von Amts wegen geprüft, das sind Hindernisse, die im Zeichen selbst liegen. Und die relativen Schutzhindernisse, die müssen geltend gemacht werden, zum Beispiel im Widerspruchsverfahren oder im Löschungsverfahren. Gut, die Eintragungsvoraussetzungen einer Marke sehen wie folgt aus. Wir haben die formellen Eintragungsvoraussetzungen, die in der Klausur aber niemals eine Rolle spielen werden. Da geht es dann um so Sachen wie, ja wurde das richtige Formblatt verwendet, ist der Anmelder auch der, der er vorgibt zu sein. Also ein Handelsregisterauszug muss auch da sein, auch dass die Datei, die Bilddatei bei einer Bildmarke eine bestimmte Größe und Auflösung hat. All sowas sind formelle Sachen, die interessieren uns in der Klausur regelmäßig nicht. Wir sind bei den materiellen Eintragungsvoraussetzungen und hier hatten wir uns den Paragraf 3 angeschaut und jetzt kommen wir zum Paragrafen 8. Ein Obersatz für eure Klausur könnte lauten, die Marke X wird eingetragen, wenn J die formellen und materiellen Eintragungsvoraussetzungen erfüllt. Gut, schauen wir uns den Paragraf 8 Absatz 1 zunächst einmal an. Der ist ziemlich einfach. Darin steht, von der Eintragung sind als Marke schutzfähige Zeichen im Sinne des Paragrafen 3 ausgeschlossen, die nicht geeignet sind, in dem Register so dargestellt zu werden, dass die zuständigen Behörden und das Publikum den Gegenstand des Schutzes klar und eindeutig bestimmen können. Also, ja, es ist ja Natur des Registerrechts, dass das, was in das Register kommt, das muss natürlich irgendwie darstellbar sein. Und zum Beispiel ein Hörzeichen, dieses Dü-Dü-Dü-Dü-Dü von der Telekom, das ist natürlich darstellbar, weil man das in Notenschrift darstellen kann oder man kann es auf einem Datenträger einreichen. Und dann kann man das auch online halt abspielen, diese Marke. Das heißt, die ist in Ordnung. Die abstrakte Farbmarke, hier gibt es Klassifikationssysteme. Das sind so Hacks und dann kommt da so ein Hashtag und so 6401 oder sowas als Zahl. Also, es gibt so ein Klassifikationssystem, wo man genau diesen Farbton wiederfinden kann. Also, da ist alles klassifiziert. Die sind also auch darstellbar im Register. Die Wortmarken, Wortbildmarken, Bildmarken sind natürlich alle darstellbar im Register. Ein Problem sind noch die Geruchsmarken oder Geschmacksmarken. Zum Beispiel wurde hier The Smell of Fresh Cut Grass für Tennisbälle angemeldet. Und in diesem Fall wurde gesagt, nein, das ist nicht im Register darstellbar. Auch hier das gleiche mit Odeur de Frès Mûr, also reife Erdbeeren. Diesen Geruch oder Geschmack, den kann man, und hier war es Geruch, diesen Geruch kann man nicht im Register darstellen. Deswegen sind Geruchs- und Geschmacksmarken derzeit nicht möglich. Eine Benutzungsmarke ist natürlich denkbar, aber okay. Zweiter Punkt und wichtigerer Punkt. Die absoluten Schutzhindernisse. Und hier fangen wir mit der Nummer 1 an. Die Nummer 1 sagt, von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken, denen für die Waren oder Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Hier bei der Nummer 1 wird die Herkunftsfunktion der Marke geschützt. Dieser Begriff ist wirklich ein Schlagwort für eure Klausur. Herkunftsfunktion, das ist die Hauptfunktion der Marke. Und zwar muss eine Marke auf die Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens hinweisen. Hier beim Paragrafen 8 kommt es jetzt auch auf die in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen an. Das war ja anders bei dem Paragrafen 3. Bei dem Paragrafen 3, der abstrakten Unterscheidungseignung, da ist Apple definitiv abstrakt unterscheidungsfähig. Okay. Aber Apple ist dann hier bei Paragraf 8 Absatz 2 Nummer 1 nicht konkret unterscheidungskräftig, wenn Apple für Obst angemeldet wird. Also hier müssen wir auf die in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen schauen. Wir kommen jetzt gleich zu Beispielen. Zunächst einmal die Definition. Ihr müsst erstmal das mit dieser Herkunftsfunktion nennen. Und dann sagt ihr, wenn die Marke nach Auffassung der maßgeblichen Verkehrskreise nicht geeignet ist, die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen von denjenigen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden, dann fehlt es an der Unterscheidungskraft. Okay. So oder so ähnlich sollte eure Definition lauten. Ihr könnt hier auch immer in den, falls ihr diese Definition ja nicht lernen wollt, könnt ihr auch in den Paragrafen 3 Markengesetz schauen. Da steht so am Ende immer, ich glaube da steht am Ende auch dieses nicht geeignet, die Waren und Dienstleistungen von denjenigen eines anderen zu unterscheiden. Also das könnt ihr auch aus dem Paragrafen ablesen, aber eigentlich kann man das auch auswendig lernen, weil das ziemlich logisch ist. Okay. Genau. Hier ganz wichtig. Die Perspektive, die ihr hier einnehmen müsst. Also aus welcher Sichtweise müssen wir das beurteilen? Aus der Sichtweise der angesprochenen Verkehrskreise. Das ist auch ein Schlagwort. Müsst ihr verwenden. Anders ist die Perspektive beim Paragrafen 8 Absatz 2 Nummer 2, weil da geht es um das Freihaltebedürfnis. Da müssen wir auf die Sicht der Wettbewerber schauen. Aber okay. Erstmal jetzt hier die Nummer 1. Bei der Nummer 1 müssen wir auf die Verkehrskreise schauen und da müssen wir natürlich auch die Verkehrskreise dann bestimmen. Also wenn es um juristische lose Blattsammlungen geht, dann ist der angesprochene Verkehrskreis, sind dann wohl Jurastudenten und ja, wahrscheinlich nur Jurastudenten, Professoren oder so. Die brauchen ja lose Blattsammlungen eigentlich nicht so wirklich, sondern ja, die schauen halt einfach ins ganz normale BGB, also ein ganz normales Buch rein und nicht in eine lose Blattsammlung, zumindest die meisten. Naja, also ihr müsst da den Verkehrskreis bestimmen. Und ihr fragt euch nochmal verkürzt, wird das Zeichen als Hinweis auf die betriebliche Herkunft verstanden? Gut, eine geringe Unterscheidungskraft genügt aus. Hier der Wortlaut oder das Wortlautargument in § 8 Absatz 2 Nummer 1 steht drin, jegliche Unterscheidungskraft. Und dieses jegliche, das weist ja darauf hin, dass auch ein geringes Maß an Unterscheidungskraft ausreichen kann, dafür, dass eine Marke als Herkunftshinweis verstanden wird und somit der 8 Absatz 2 Nummer 1 nicht einschlägig ist. Beispiel Hautaktiv und dann Hautaktiv, vielleicht ohne das E, ja, für Kosmetika, da, das ging durch beim Bundespatentgericht. Also, da war wohl noch ein ganz geringes Maß an Unterscheidungskraft vorhanden und das hat ausgereicht. Okay, kommen wir jetzt zu ganz vielen Beispielen. Beispiel, erstes Beispiel, Fußball-WM 2006 für Veranstaltungen von Sportevents, das ist eine glatt beschreibende Angabe und deswegen ist 8 Absatz 2 Nummer 1 hier einschlägig und das kann nicht ins Register eingetragen werden. Ich denke, das ist logisch, ja, das ist einfach eine glatte Beschreibung, dass der maßgebliche Verkehrskreis, wenn er diesen, wenn er Fußball-WM 2006 hört, dann denkt er nicht an ein Unternehmen, sondern denkt, ah, okay, ja, das hier ist eine Inhaltsangabe und kein Hinweis auf das Unternehmen, das dieses Sportevent veranstaltet. Genau, Akte vernichtet, Anmeldung zurückgewiesen, fehlen jeglicher Unterscheidungskraft. Perfekt. Zweites Beispiel, Hot für Parfüms. Hot ist natürlich Englisch und bedeutet scharf, aber Hot wird auch als sexy verstanden oder halt anziehend. Oh, du bist hot oder sowas. Und deswegen, ja, wurde das Hot für Parfüms hier, das ist nicht eintragungsfähig, weil das könnte, weil das auch eine beschreibende Angabe ist, dieses Parfüm ist hot. Dann denken die maßgeblichen Verkehrskreise nicht, dass das Hot auf ein Unternehmen hinweist, sondern die denken, dieses Parfüm, das ist halt sexy, das ist halt anziehend. Okay. Nummer 3. Streetball für Sportschuhe und Bekleidung. Das kann man so oder so sehen, weil, wie da maßgebliche Verkehrskreise, wenn die Streetball hören, dann könnten die ja denken, oh, das ist hier eine neue Sportart. Und die könnten das nicht, ja, vielleicht denken die aber auch an ein Unternehmen. Also, vielleicht fungiert das auch als Herkunftshinweis, das kann man so sehen, das kann man so sehen. Hier seht ihr das, hier wurde die Marke Streetball für Adidas eingetragen, aber vorher wurde die Marke auch mal zurückgewiesen, obwohl hier, ihr seht, Klasse 25, Klasse 25, Bekleidungsstücke einschließlich, ja, sind die gleichen Waren und Dienstleistungen. Also, da gibt es wohl, ja, hat Adidas einfach normal das versucht und beim zweiten Mal ist es zum anderen Prüfer gekommen und der hat gesagt, das ist okay, vielleicht, so war es, ich, keine Ahnung. Gut, viertes Beispiel, Kinder für Schokolade. Hier, dieses Kinder wird auch nicht als Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden, sondern, wenn man Kinder hört für Schokolade, dann denkt man, ah, diese Schokolade, die ist für Kinder gedacht. Also, das beschreibt die Zielgruppe und wird nicht als Herkunftshinweis verstanden, deswegen ist Kinder erstmal nicht eintragungsfähig und § 8 Absatz 2 Nummer 1 ist hier also gegeben. Natürlich kann dann in einem zweiten Schritt die Verkehrsdurchsetzung bewiesen werden, § 8 Absatz 3 und dann kann dieser § 8 Absatz 2 Nummer 1, der wird dann aus dem Weg geräumt, dieses absolute Schutzhindernis und deswegen gibt es doch die Marke Kinder für Schokolade im Markenregister, aber schauen wir uns auch später an. Nächstes Beispiel, Vorsprung durch Technik. Ja, für Werbung für Autos wurde das genannt, ihr kennt natürlich alle den Audi-Werbeslogan. Der EuGH hat hier gesagt, das hier ist geeignet dafür, auf ein Unternehmen hinzuweisen, also § 8 Absatz 2 Nummer 1 ist hier nicht einschlägig, kann man anders sehen, wobei hier, das ist halt ein kurzer Satz, drei Wörter. Je länger der Werbeslogan, desto weniger unterscheidungskräftig ist natürlich klar, wenn ich hier einen Satz sage, keine Ahnung, die Wasserflasche enthält 0,75 Liter oder sowas. Das ist ein super langer Satz, das versteht kein Mensch als Herkunftshinweis. Okay, aber hier, das ist ein kurzer Werbeslogan, das ist okay, laut dem EuGH. Casino Bremen für den Betrieb eines Casinos, das wird verstanden von dem maßgeblichen Verkehrskreis als eine Ortsangabe, als Casino in Bremen. Also das Casino ist in Bremen, damit wird das als Ortsangabe verstanden und nicht auf eine betriebliche Herkunftsangabe, somit ist das hier, somit ist hier § 8 Absatz 2 Nummer 1 einschlägig und man kann das nicht ins Markenregister eintragen lassen. Tee-Kanne für Tee, ihr kennt vielleicht diese Produkte von Tee-Kanne und das ist in Ordnung. Natürlich, Tee-Kanne für eine Tee-Kanne wäre nicht in Ordnung, weil das wäre ja glatt beschreibend. Und hier ist aber Tee-Kanne für Tee, also das ist in gewisser Weise so, als würde ich Mikrofon für Kopfhörer sagen. Also, ja, egal, also Tee-Kanne kann für Tee unterscheidungskräftig sein. Gute Laune-Drops für Süßigkeiten, die beschreiben wohl eher die gewollte Wirkung und sind kein Hinweis auf die Herkunft, genau, auf die betriebliche Herkunft. Somit ist § 8 Absatz 2 Nummer 1 hier wohl einschlägig. Im echten Fall war das eine Wort-Bild-Marke und deswegen muss man immer noch die grafische Gestaltung natürlich auch beachten. Die vorherigen Marken waren hier alles nur Wortmarken. Hier bei den Wort-Bild-Marken muss man natürlich auch die grafische Gestaltung beachten und die kann eben dazu führen, dass dann doch die Herkunftsfunktion gegeben ist. Hier ist das aber eine, ich sag mal, eine schwache grafische Gestaltung. Hier gibt's, ja, das ist ja einfach nur schwarz-weiß und halt ein bisschen andere Schriftart. Das ist nichts Besonderes. Ich würde sogar sagen, diese grafische Gestaltung kann man eigentlich wie eine Wortmarke behandeln. Und deswegen hat der BGH hier auch zu Recht gesagt, dass die gute Laune-Drops nur eine gewollte Wirkung beschreiben und kein, wenn ich das höre als Verbraucher, ich gehe in den Supermarkt und sehe und will Süßigkeiten kaufen und dann sehe ich gute Laune-Drops, dann denke ich doch nicht, ah, das kommt von Nestlé oder Mondelez, keine Ahnung. Also, deswegen hat der BGH das hier zu Recht zurückgewiesen und das ist nicht eintragungsfähig. Genau. Okay, wie sieht es aus mit Neuschwanstein? Kann man Neuschwanstein als Marke anmelden lassen? Und hier dürft ihr nicht in meine Falle fallen, sondern ihr müsst natürlich immer auf die konkret in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen schauen. Wenn die geschützten Waren und Dienstleistungen Bücher sind, ja dann sehe ich Neuschwanstein auf dem Buch stehen, ja dann denke ich doch, dass es sich um ein Buch über das Schloss Neuschwanstein handelt und nicht, dass dieses Buch von, ja, irgendeinem Unternehmen produziert wurde. Also, ich denke doch, das geht jetzt, das Buch geht über dieses Schloss. Okay, bei Touristenartikeln, da werde ich doch auch nicht denken, dass das von einem bestimmten Hersteller kommt, sondern ich werde denken, ah ja, das ist ein Souvenirartikel von Neuschwanstein, das ist, ja, da denke ich nicht an ein dahinterstehendes Unternehmen, das heißt, die Herkunftsfunktion der Marke wird in diesen Fällen nicht erfüllt. Aber, wenn man Neuschwanstein für Versicherungsdienstleistungen anmeldet, ja das wäre nun mal, also das wäre eintragungsfähig. Oder häufig bei uns wurde an der Uni immer gesagt, ja, für Maschinenöl. Das ist auch sowas ganz Spezielles. Also, Neuschwanstein für Maschinenöl ist natürlich auch unterscheidungskräftig und das wäre dann eintragungsfähig. Okay. Wie sieht es aus mit abstrakten Farbmarken oder 3D-Marken? Und hier müsst ihr diese folgende Übersicht im, ja, Kopf haben. Der Ausgangspunkt ist, dass der 8 Absatz 2 Nummer 1, der ist auf alle Markenformen gleich anzuwenden. Also auch auf Formen und Farbmarken. Das Problem ist, wenn man eine Farbe sieht als Verbraucher oder auch eine Form, dann denke ich doch nicht auf, dann denke ich nicht an irgendeine betriebliche Herkunft, sondern ich denke, oh ja, das ist schön gemacht, das ist ansprechend ausgestaltet. Ja, das ist halt ein dekoratives Element und kein Herkunftshinweis. Also ich denke doch eher, ah ja, das haben die schön gemacht und nicht, ah ja, ich sehe hier die Farbe Rot, ah ja, das kommt vom Beck Verlag. Okay, somit ist wirklich der Grundsatz, dass Farben und Formen nur dekorative beziehungsweise beschreibende Wirkungen haben. Ausnahmsweise können diese originäre Unterscheidungskraft haben, bei Formmarken, wenn die Form vom Branchenüblichen erheblich abweicht, Okay, also, ja, wenn das ganz besonders ist, zum Beispiel hier dieses Kutscherglas. Das ist halt ein wirklich besonderes Bierglas. Normalerweise sieht ein Bierglas, ja, ihr wisst, wie ein Bierglas aussieht oder ein Bierkrug. Und hier, das ist halt ganz besonderes mit, was ganz besonderes mit dieser Halterung und sowas. Und das wäre dann so eine Form, die vom Branchenüblichen erheblich abweicht. Und das wäre dann eintragungsfähig. Bei abstrakten Farbmarken, also das ist, das ist für Vormarken. Bei abstrakten Farbmarken, da muss ein sehr begrenzter Waren- und Dienstleistungsschutz in Anspruch genommen werden. Und ein sehr beschränkter Markt, also hier, dieses Rot hier, wenn man dieses hier anmeldet, wenn der Beck-Verlag das hier anmeldet, und das ist auch geschützt, das ist dann eine abstrakte Farbmarke für lose Blattsammlungen. Hier seht ihr das, Rot von dem Beck-Verlag in München. Und hier, was ist geschützt mit diesem Rot? Lose Blattausgaben von Gesetzen. Also das ist natürlich ein engerer Waren- und Dienstleistungskreis, ist kaum möglich. Das heißt, dieses Rot schützt eben nur diese lose Blatttextausgaben. Okay, und das ist dann okay. Aber ansonsten ist bei abstrakten Farbmarken keinem Herkunftshinweis gegeben. Und deswegen sind abstrakte Farbmarken erstmal grundsätzlich alle nicht unterscheidungskräftig. Nur bei diesem sehr begrenzten Waren- und Dienstleistungskreis, da geht das. Und sonst kann man natürlich immer, also sonst landet man hier bei diesem blauen Kasten, aber diesen blauen Kasten kann man wie immer bei dem Paragrafen 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 3, den kann man immer durch Verkehrsdurchsetzung aus dem Weg räumen. Dazu kommen wir gleich. Also, ja, wenn wirklich alle das kennen, dann ist das eintragungsfähig. Dann ist dieses absolute Schutzhindernis von Paragraf 8 Absatz 2 Nummer 1 egal. Gut. Hier, das war mein Beispiel aus dem letzten Video. Das wollte ich hier nochmal ein bisschen fortsetzen. Wir hatten gesehen, dass das Bundespatentgericht den Paragraf 3 Absatz 2 Nummer 3 zu Recht verneint hat. Also, dass es nicht, ja, die Eintragung ist nicht wegen 3 Absatz 2 Nummer 3 ausgeschlossen. Aber das Bundespatentgericht hat die fehlende Unterscheidungskraft aufgrund von Paragraf 8 Absatz 2 Nummer 1 angenommen, weil das hier nur eine branchenübliche Variante ist. Und das ist kein besonderes, kein von dem zu erwartenden Formschatz abweichendes Design. Und dementsprechend wird diese Form nicht als Hinweis auf die Herkunft der damit versehenen Waren gesehen. Oder das kann das nicht erfüllen, diese Herkunftsfunktion. Und das Bundespatentgericht hat dann auch Beispiele hier angeführt. Zum Beispiel die Milka Kuhflecken Schokolade, die kennt ihr vielleicht, die sieht eigentlich genauso aus. Ja, vielleicht keine Kleeblätter, sondern halt eher ründlichere Flecken. Aber dieses Design weicht eben nicht vom üblichen Formschatz in einer krassen Weise ab. Und deswegen war das hier zu Recht zurückzuweisen. Okay, wie sieht es aus mit dem folgenden Fall? Hashtag darf er das? Wird für Bekleidungsstücke angemeldet. Ist hier der Paragraf 8 Absatz 2 Nummer 1 einschlägig. Und hier müsst ihr wieder differenzieren, differenzieren, differenzieren. Und zwar, wie wird denn dieser Aufdruck verwendet? Wenn der Slogan auf dem T-Shirt, also jetzt mitten auf der Brust, abgedruckt ist, darf er das? Hashtag darf er das? Ja, dann ist der Paragraf 8 Absatz 2 Nummer 1 gegeben. Weil dann wird der angesprochene Verkehrskreis denken, dass es sich halt um ein T-Shirt mit einem coolen Spruch handelt. Der angesprochene Verkehrskreis wird aber nicht denken, dass dieser Spruch auf ein Unternehmen hinweist. Also, ja, darf er das? Oder wenn irgendwie auf dem T-Shirt steht, relax oder irgendwie sowas, dann werdet ihr doch nicht denken, ah ja, das ist ein Herkunftshinweis auf das Unternehmen. Das Unternehmen X, das die Relax-T-Shirts herstellt. Nee, das werdet ihr nicht denken, sondern ihr werdet denken, ah ja, dieses Relax-T-Shirt, das sagt halt aus, ja, man soll sich halt entspannen. Also, das ist eine Inhaltsangabe. Das werdet ihr denken. Der Slogan mitten auf dem T-Shirt unterscheidet dieses Produkt somit nicht von dem T-Shirt eines anderen Unternehmens. Es fehlt an der Herkunftsfunktion. Wenn dieses Hashtag darf er das aber auf dem Etikett abgedruckt wird, ja, dann wird jeder von euch denken, ja, das ist von dem darf er das Unternehmen. Oder das ist von dem Unternehmen X, das die Produktlinie Hashtag darf er das herstellt. Und dann wäre das ein Herkunftshinweis. Und dann ist das also unterscheidungskräftig und eintragungsfähig. Das Problem ist also, auf welche Verwendungsmöglichkeit müssen wir hier als deutsches Patent- und Markenamt jetzt abstellen. Und der EuGH hat hier entschieden, wir müssen auf alle wahrscheinlichen Verwendungsmöglichkeiten abstellen. Und wenn es auch nur eine wahrscheinliche Verwendungsmöglichkeit gibt, bei der die Unterscheidungskraft gegeben ist, ja dann ist der § 8 Absatz 2 Nummer 1 zu verneinen und dann ist das eintragungsfähig. Also hier könnte man, ja, also hier ist es denkbar, dass dieser Hashtag darf er das auf dem Etikett abgedruckt wird, dann ist das ein Herkunftshinweis und dann ist das okay. Dementsprechend ist, darf er das als Wortmarke im Register einzutragen. Marke wurde eingetragen für die Klasse 25, für die Bekleidungsstücke. Genau, es gibt noch eine andere Ansicht, die sagt, man soll auf die wahrscheinlichste Verwendungsmöglichkeit schauen, aber was heißt denn wahrscheinlichste, wer beurteilt das und woher sollen wir wissen, was am wahrscheinlichsten ist. Also, ja, deswegen diese andere Ansicht ist Müll und ihr folgt der herrschende Meinung des EuGH. Gut, damit haben wir den 8 Absatz 2 Nummer 1 durch mit ganz vielen Beispielen. Wir kommen zum 8 Absatz 2 Nummer 2. Den möchte ich jetzt nur, ja, deutlich kürzer behandeln. Die beschreibenden Merkmale, darin steht, von der Eintragung ausgeschlossen sind Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können. Und hier, und das ist mir ganz wichtig, dass ihr das in der Klausur rausstellt, hier soll das Freihaltebedürfnis der Mitbewerber oder Wettbewerber geschützt werden, weil die Mitbewerber sollen ihre Produkte bezeichnen dürfen können, falls das jetzt ein Satz war. Also, ein Beispiel hier, Marktfrisch für Obst, das kann man natürlich nicht eintragen lassen, weil wenn ich einen Obststand habe, ja, dann möchte ich meine Produkte, mein Obst möchte ich auch mit dem Wort Marktfrisch bewerben können. Das möchte ich doch auch als Obsthändler haben, als Mitbewerber zu diesem anderen Obststand, der versucht hat, das Marktfrisch beim DPMA anzumelden. Das ist doch, damit möchte ich werben, da habe ich doch auch ein Interesse dran, dass diese Bezeichnung von dem Merkmal meines Obstes frei bleibt. Und somit war das hier zurückzuweisen und nicht ins Register einzutragen. Hier seht ihr übrigens auch Paragraph 8, Absatz 2, Nummer 1 und 2. Diese Nummer 1 und Nummer 2, das ist wirklich, ja, eigentlich nicht auseinanderzuhalten. Ich meine, der BGH sagt sogar, dass, wenn die Nummer 2 gegeben ist, dass dann auch automatisch die Nummer 1 gegeben ist. Ähm, ja, weil einer beschreibenden Angabe fehlt natürlich die Unterscheidungskraft. Das haben wir ja gesehen. Fußball-WM 2006 ist beschreibend für eine Sportveranstaltung und deswegen fehlte dort oben schon die Unterscheidungskraft und das ist natürlich dann auch beschreibend nach Nummer 2. Und deswegen ist es auch egal. In den meisten Bescheiden wird deswegen Paragraph 8, Absatz 2, Nummer 1, 2 geschrieben, weil man die eigentlich kaum trennen kann. Babydry für Windeln. Hier hat der EuGH gesagt, das ist ein Neologismus. Babydry, das ist jetzt nicht, ähm, keine Ahnung, wüstentrocken oder sowas jetzt. Wüstentrocken wäre beschreibend wahrscheinlich, aber Babydry, das ist eine Wortneuschöpfung und deswegen ist das in Ordnung, so der EuGH, und deswegen ist die Marke hier eingetragen worden. Okay, kann man auch bestimmt anders sehen. Hier noch ein paar Beispiele. Technische oder sonstige Eigenschaftsangaben, zum Beispiel Turbomotor oder Turbo, das ist natürlich nicht eintragungsfähig. Ich kenne mich damit jetzt nicht aus, aber es gibt so Turbomotoren und die haben halt irgendeine bestimmte Funktionsweise. Ich habe keine Ahnung, vielleicht ziehen die schneller an oder so, aber ich als Wettbewerber habe doch auch ein Interesse, das Wort Turbo für meine Motoren zu verwenden. Und deswegen ist das frei haltebedürftig und deswegen ist hier Paragraph 8 Absatz 2 Nummer 2 definitiv einschlägig. Das gleiche für Böden und Gesteinsarten in Weinbaugebieten. Joghurt Gums, auch ein tolles Beispiel. Wahrscheinlich bestanden diese, ja, oder wenn jemand Joghurt Gums anmeldet, dann möchte ich doch als Katjes, wenn Haribo das anmeldet, dann möchte ich doch als Katjes in Zukunft auch möglicherweise, vielleicht mache ich das ja auch schon, Süßigkeiten anbieten, die einen Joghurtanteil haben. Und das ist dann beschreibend, dieses Joghurt Gums und deswegen ist das freihaltebedürftig. Okay. Ah ja, hier nochmal ein ganz allgemeiner Hinweis. Es geht hier ja jetzt um ein Ausschließlichkeitsrecht. Das Markenrecht, Patentrecht, das sind Ausschließlichkeitsrechte. Man darf das Wort Turbo natürlich verwenden. Also BMW, Mercedes, Porsche, alle können das verwenden. Nur keiner hat das halt als Marke eingetragen. Und wenn das als Marke eingetragen wurde, dann habe ich ein Monopolrecht und kann andere ausschließen. Sagen wir, BMW hätte diese Marke, dann kann BMW zu Mercedes und Porsche und VW sagen, hey, das Wort dürft ihr nicht verwenden. Das ist das Ausschließlichkeitsrecht. So ist das Wort Turbo nicht im Register eingetragen und das bedeutet, alle können das also verwenden. Das Markenrecht ist kein Erlaubnisrecht. Also man braucht kein Markenrecht, um etwas verwenden zu können, sondern man braucht ein Markenrecht, um andere, oder das Markenrecht schließt andere aus. Okay. Ja, ganz kurz, der 8. Absatz 2 Nummer 3, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch, ja, zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind. Hier, das fand ich ziemlich treffend, diesen Begriff, Fluch des Erfolgs. Also, das klassische Beispiel ist hier das Wort Föhn. Das wurde mal von der AEG, dem Unternehmen AEG, angemeldet und, ja, das ist halt, hat sich irgendwie durchgesetzt, das Wort und heutzutage, heutzutage sagen alle Menschen Föhn und, ja, man kann, ja, viele sagen, vielleicht auch noch Hardrock, ne, aber die meisten würde ich sagen, sagen Föhn, also Föhn hat sich wirklich durchgesetzt und deswegen kann man halt Föhn nicht mehr anmelden im Markenregister, weil dieser Begriff ist so üblich geworden, der ist so erfolgreich geworden, dass man den jetzt nicht mehr schützen kann. Also AEG hat diesen Begriff nicht mehr geschützt, weil, okay, kann man hier nicht mehr sehen, weil nach Paragraph 49 Absatz 2 Nummer 1, ja, wurde das halt gelöscht. Man könnte sich auch die Frage stellen, bei Tempo, könntest du mir ein Taschentuch geben oder wird eher gesagt, könntest du mir ein Tempo geben? Keine Ahnung. Also, ist Tempo schon zu so einem Begriff geworden? ist offen. Gut, dann komme ich jetzt zu der ganz witzigen Fallgruppe. Die gegen die öffentlichen, also von der Eintragung ausgeschlossen sind Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen. Das kennt ihr auch aus dem 138 BGB, das kennt ihr auch aus dem Patentrecht, da gibt es auch Paragraph, ne, ich weiß es jetzt nicht auswendig. Also, irgendwo steht das auch im Patentrecht drin vorne und genau. Was fällt hier drunter? Hier solltet ihr wahrscheinlich in der Klausur die Definition nennen, die ihr aus dem BGB schon kennt. Also, wenn es gegen das Anstandsgefühl aller Billig- und Gerechtdenkenden verstößt, okay. Beispiel hier, das Hakenkreuz, okay, natürlich. Ready to fuck hat der BGH auch zurückgewiesen aufgrund von 8 Absatz 2 Nummer 5 auch ziemlich verständlich. Pacquiao Goethe ist okay, laut dem EuGH kann man auch bestimmt anders sehen. Hier hat der EuGH beurteilt, dass dieses Zeichen nicht eintragungsfähig ist. Könnt ihr hier die Begründung lesen, aber ich wage mal jetzt zu behaupten, in 20 Jahren oder sowas, wenn man dieses Zeichen anmeldet, das Zeichen würde dann locker durchgehen, also das zeigt ja auch, dass diese guten Sitten sich wandeln können. Ah ja, hier, das ist wirklich ein tolles Beispiel. Okay, also, es gibt in der Stadt, äh, es gibt in Österreich eine Stadt oder eine Gemeinde, die heißt Fuking und in dieser Gemeinde Fuking, da gibt es eine Brauerei und die Brauerei macht helles Bier und dementsprechend hieß das Bier aus dieser Gemeinde Fuking Fuking und hier stellt sich natürlich auch die Frage, verstößt das gegen die guten Sitten und das EOE-Port gesagt, nein, das verstößt nicht gegen die guten Sitten, also die Marke ist eingetragen. Fuking hell ist geschützt und das freut mich auch, also finde ich gut. Problem ist jetzt nur, leider, aus irgendeinem Grund haben die Bewohner dieser Gemeinde dafür gestimmt, dass Fuking nicht mehr Fuking heißt, sondern Fugging und ja, jetzt ist dieser Begriff ein bisschen, ja, ist immer noch geschützt, aber ja, jetzt passt es nicht mehr so gut, also das stört mich ein bisschen dieser Beschluss, der Bewohner, ja, eigentlich ist es ja auch ein Einziehgrund, oder, wenn die Gemeinde Fuking heißt, das ist ja wohl richtig witzig, aber okay. Anyway, wir kommen zu der Verkehrsdurchsetzung, die ist in Paragraph 8 Absatz 3 geregelt, Beispiele hier, also, nochmal, Paragraph 8 Absatz 3 ermöglicht es, die Nummern 1 bis 3 und nur die Nummern 1 bis 3 also hier fucking hell könnte nicht durch Verkehrsdurchsetzung umgangen werden, weil das wäre ja die Nummer 5, aber die Nummern 1 bis 3 fehlende Unterscheidungskraft, bezeichnende Merkmale und dann noch diese, ja, dieser Fluch des Erfolges mit dem Föhn, all diese 3 Sachen können durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden, aber nur diese, nur die Nummern 1 bis 3 von der von dem Paragraph 8 Absatz 2 und Verkehrsdurchsetzung meint eben wirklich jeder kennt das, also ja, irgendwie so eine Definition müsst ihr halt nennen in der Klausur, wenn die angesprochenen Verkehrskreise oder wenn ein bedeutender Teil oder ein großer Teil der angesprochenen Verkehrskreise dieses Zeichen als Herkunftshinweis auf ein Unternehmen versteht, dann ist Verkehrsdurchsetzung gegeben, irgendwie so sollte eure Definition lauten, Beispiele hier, das Blau von Nivea und Nivea, das ist Bayersdorf, das Unternehmen, das dahinter steht, hier macht man in der Praxis so Verkehrsumfragen, also dann haben die so eine Verkehrsumfrage gemacht, hey, hier ist eine Farbe, das war halt ein blaues Schild, woran denkst du, wenn du diese Farbe in Bezug auf Kosmetikartikel siehst und dann haben halt ganz viele Leute gesagt, ah ja, mit dem Blau verbinde ich Nivea und genau, dann hat das ein bestimmter Prozentsatz gesagt und das hat dann eben ausgereicht, um die Verkehrsdurchsetzung zu beweisen. Das gleiche bei Kinderschokolade, bei Post, Post ist natürlich ein, also Kinder haben wir schon gesehen, 8 Absatz 2 Nummer 1 ist einschlägig, weil das ist ein, ja, das beschreibt die Zielgruppe dieser Schokolade, aber das verweist nicht auf ein Unternehmen, aber 8 Absatz 3, wir überwinden dieses Schutzhindernis durch, über die Verkehrsdurchsetzung. Das gleiche bei Post, das ist ja wirklich glatt beschreibend, aber mit der Post, ja, die deutsche Post hat eben gezeigt, dass dieser Begriff mit der deutschen Post verbunden wird. Hier diese Farbmarken, Farbmarken, abstrakte Farbmarke, Rot, Rot in Bezug auf Finanzdienstleistung, da denken wohl, ja, ein bedeutender Teil der angesprochenen Verkehrskreise denkt da an die Sparkasse und ein bedeutender Teil der Jurastudenten denkt bei Rot in Bezug auf lose Blatt Sammlungen für Gesetze auf, an den Beck Verlag. Okay, ich denke, das ist klar geworden mit diesem Paragraf 8 Absatz 3, der Paragraf 3 Absatz 2 ist nicht überwindbar. Der Paragraf 8 Absatz 2 Nummer 1 bis 3, diese Nummern sind überwindbar. Okay, letzter Punkt, die notorisch bekannte Marke und hier sind wir bei den relativen Schutzhindernissen jetzt. Das sind solche Schutzhindernisse, die aus rechten Dritter folgen. Also ein anderer hat diese Marke schon, das ist der häufigste Fall. Ein Beispiel hier, der Jurastudent meldet die Marke Logitech an. Ich würde jetzt mal behaupten und auch ziemlich sicher behaupten, dass Logitech keine notorische Marke im Sinne des Paragrafen 10 ist. Das ist halt ein Hersteller für Computermäuse oder Computerzubehör und deswegen, wenn ich Logitech hier anmelde beim DPMA, dann geht das durch. Das DPMA sagt perfekt, alles super. Das DPMA prüft nicht, ob schon ein anderes Unternehmen die Marke Logitech für Computerzubehör hat. Das wird nicht vom DPMA geprüft. Das heißt, das hier geht glatt durch beim DPMA. Und dann natürlich wird das eingetragen und dann bekomme ich ein Schreiben von den Anwälten von Logitech, von dem echten Hersteller Logitech und die sagen dann, hey, der Jurastudent, das geht so aber nicht, wir legen Widerspruch ein und dann beim Widerspruch schaut man dann, aha, die Marke von der Jurastudent ist im Jahr 2024 angemeldet worden, Logitech für Computerzubehör von der Logitech AG, die wurde schon 1980 angemeldet, das heißt, das hier ist die ältere Marke, Prioritätsprinzip, ältere Marke gewinnt gegen die jüngere Marke, der Jurastudent, deine Marke Logitech in Bezug auf Computerzubehör wird gelöscht. Okay, perfekt. Das ist, genau, das ist der Grundsatz, es gibt eben diese eine Ausnahme und das sind die notorisch bekannten Marken, notorisch bekannte Marke. Wenn ich die Marke Coca-Cola anmelde, dann wird natürlich der Prüfer beim DPMA wird die Marke Coca-Cola kennen, also ganz klar, das ist eine notorisch bekannte Marke, jeder Mensch kennt die Marke Coca-Cola und in diesem Fall prüft dann schon der Markenprüfer die älteren Schutzhindernisse aufgrund des Paragrafen 10 und deswegen wird dann diese Anmeldung zurückgewiesen, also das wird nicht ins Markenregister eingetragen. Okay, und hier nochmal mein letzter Hinweis, der Paragrafen 9, der hier geprüft wird im Rahmen des Paragrafen 10, der gilt für das Eintragungsverfahren und der Paragraf 14, den wir uns jetzt im Folgenden anschauen werden, der ist für die Markenverletzung und die sind wirklich identisch, das schauen wir uns dann aber auch nochmal im nächsten Video genauer an. Perfekt, hier seht ihr dann die Kontrollfragen, das war es dann von dem heutigen Video, Fragen, Kommentare könnt ihr unten da lassen, ihr könnt den Kanal gerne abonnieren und einen Daumen natürlich oben da lassen und dann fangen wir mit dem ja eigentlich mit dem wichtigsten Teil der Markenrechts Videoreihe an beim nächsten Mal der Markenverletzung, das ist auch am Klausurrelevantesten. Gut, dann verabschiede ich mich, bis zum nächsten Mal, bis dann.